You are the chosen few, protectors of our world. This is your time. Willkommen zum neuen Video und ja, ich hoffe mal diesmal wird es was. Ich habe jetzt schon vier Aufnahmen oder so angefangen und ja, ich hatte jedes Mal das selbe Problem. Nur mal dazu kurze Info. Ich hatte das selbe Problem jedes Mal. Ich war irgendwie Solo-Player, ne, gefühlt. Also ich hatte ein Teammate jedes Mal dabei, Spieler wirklich, aber die waren nicht mehr zu gebrauchen als Bots, Digga. Also wirklich mal. Selbst ein Bot hätte ich glaube wahrscheinlich mehr geschafft, Digga, als ein Spieler. Ja, super, Digga. Mann ey, der war knapp. Ja, Digga, alles klar. Er zieht einfach rum, läuft. Genau, Logikfehler ist am Start. So. Auf jeden Fall, die Gameplays waren einfach nur größter Cringe, Digga. Also nicht von meinem Skill her, sondern so an sich vom Spielen. Aber an sich, Digga, die waren halt echt schlecht. Digga, Mann. Alter, den mache ich gleich platt jetzt. Nein. Digga, wie doof bin ich? Ich hätte auf den Ball gehen müssen, ey. Ich warte nur darauf, dass der Typ den jetzt hier hinterlupft. Genau. Er wollte, Digga. Oh, der war gut. Ich wollte eigentlich, ich meinte eigentlich nur, dass er so flach anlupft, ne, und schön hierher spielt. Aber, naja. Schön kleiner Lupfer wäre schon gewesen. Das wäre schon gewesen. Digga, die Mates. Nein. Oh, was. Was? Oh mein Gott. Digga, Mate, was bist du denn für einer, Alter? Oh, Junge, ey. Wow. Digga, was ist, was, Digga, was, was ist bei ihm im Leben falsch, Alter, Digga, dass er so geil haben muss auf den Kill. Ey, auf. Ihr wisst schon, was mein Tor, Alter. Was ist bei ihm falsch, ey? Digga, was ist bei ihm falsch? Läuft, ey. Ja, aber immer noch besser als die anderen Mates, Digga. Also, die hatten wirklich nie was gemacht. Also, da war ich wirklich gefühlt. Also, ich war 90% am Ball. Die anderen, Digga, die haben mal so ab und zu mal so, ne, oh, ich geh mal jetzt am Ball oder nicht. Mal gucken. So wie ich gerade. Einfach nur, einfach nur da gestanden oder vorbeigefahren, Digga. Gefühlt nichts gemacht, ey. Okay. Oh, Mann. Digga, ich krieg's jedes Mal nicht hin in der Kurve hoch, ne? Ach, gut abgelärt. Gut. Den haben wir erst mal. Jetzt. Jawohl. Der rollt. Der rollt. Der rollt. Der rollt. Mate, wo bist du, Digga? Oh mein Gott, Alter. Danke, Mann. Eigentor. Jawohl. Oh mein Gott. Um G. Digga, was, entschuldigt er sich, Alter? Ach ja, er war nicht da. Kein Problem. Guter Pass, Junge. Ha, läuft, Alter. Wir haben gewonnen. Sie haben aufgeben. Digga, wer hätte gedacht, auf Ehre, Digga, dass der Ball so krass reingeht, ne? Aber ich hätte gedacht, Digga, er hat so gegeiert am Anfang auf dem fucking Tor, ey. Ich hätte gedacht, Digga, dass er jetzt wirklich noch durchzieht, ne? Ich hätte gedacht, Digga, dass er wenigstens jetzt, Alter, wo perfekte Vorlage, ne? Wo alles perfektes, Digga, dass er da kommt. Aber nein, Digga, in dem Moment kommt er nicht. War so absehbar, ne? War so absehbar. Schade. Auf jeden Fall, gucken wir mal, ob das jetzt läuft, Leute. In drei Minuten Gameplay, Digga, schon ein Sieg, ey. Geil. Da fehlen nur noch jetzt vier Siege, Leute, und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir die nächsten Sachen freigeschaltet. Die reifen nämlich vom momentanen Fortnite-Event in Rocket League. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das läuft. Oh, ich sehe gerade, ist eigentlich gar kein Game-Sound da, ne? Oh, das tut mir echt mal ja leid, dass ich das jetzt erst sehe. Weil ich habe das halt immer so runtergestellt, weil Battlefield und so, ne? Die Game-Sounds sind halt so laut. Digga, ist das der mit von ihm? Ja, er spielt Solo, Digga, das ist der mit von ihm. Nee, doch nicht. Doch nicht mehr. Oh, ich glaube, der hat ein anderer Auto gehabt, ne? Äh, Mate, Digga, was machst du? Digga, hätte ihn einfach liegen lassen. Oh, 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 oh. Ja, der ist gut, der ist gut, der ist gut, der ist gut. Der ist gut. Oh mein Gott, Alter, jawohl, das ist Teamplay. Da zücht's im Kasten, Mann. Junge, der zücht's im Gameplay. Oh. Digga, das ist Teamplay. Digga, das ist Teamplay, Mann. So muss es ablaufen, Mann. Das ist Player, Player, Digga. Und nicht immer nur Player und gefühlter Bot, Digga. Gefühlt der Bot seine Oma, Alter. Nein, du warst schnell, Mate. Oh, kacke. Wer ist denn mit, der, der, äh, einen Diegen machen will? Oh. Ah, den hab ich gut abgeholt. So, den hab ich auch nochmal gut abgeholt. Nein. Ah, oh mein Gott, Alter. Ah, ich dachte, der versaut, ne. Ich hab so gehofft, der versaut. Mist, ey. Mist, der war natürlich jetzt bitter. Das hat natürlich jetzt bitter geknackt. So. Bleiben wir hier. Der kommt gut. Jawohl, den haben wir abgeholt. Digga. Wieder so asozial hier unterwegs, ne. Digga, ich flieg schon wieder bis hoch an die Decke. Das war mir eben schon mal passiert in einer Aufnahme, Digga. Flieg ich einfach mega hoch. Äh, Digga. Ich denk mir nur so. Ich flieg so vier und fünf Meter hoch. Ich deck mir nur so. Ja, äh. Was ist jetzt los, Digga? Was ist falsch gelaufen? Ich war einfach nur gegen die Wand, Digga. Und flieg vier, fünf Meter hoch. Ach, nee, ey. Digga, ich brauch mal eine andere Kammer einstellen, ich glaub wieder. Oh, der kam gut. Der kommt gut. Nein, ich hab durch den Gegner... Alter, der hat den voll verdribbelt jetzt. Haha, Rache ist süß. Nein. Digga, ich reichne langsam mal, wirklich. Oh mein Gott, der war guuuuut. Der war richtig gut. Oh, der war auch gut abgeholt. Oh ja. Das läuft jetzt gerade echt gut. Mann, Alter, aber wie spielt der Make gerade so? Oh mein Gott, danke. Danke, Mensch. Ah, das zücht. Danke, Gegner. Digga, geiles Engtor. Das zücht, Mann, den gönnen wir uns. Digga, schönes Tor. Dankeschön, ey. Danke. Genau deswegen wollte ich jetzt abwarten hier. Oh, der kommt gut. Den holen wir uns. Oh, natürlich holt der, dass ich den. Ich wollte eigentlich abwarten, bis er runterkommt. Ja, den hab ich gut weggeholt. Oh, Alter, das war knapp. Ich dachte schon, Alter, das wär, äh, der wird drin, ey. Mate, immer wegschießen. Immer weg das Ding vom Tor. Oh, 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 oh. Oh, Pfeiler. Mist, ey. So, vorn Ball. Den Ball nicht. Ah, ist ja nicht gegangen. Oder? Nee, Digga, die Markierung. Oh, ich hab auch gar nicht auf den Pfeil geachtet, Digga. Ich hab ja hier extra noch einen Pfeil an für den Ball. Ballverfolgung. Jetzt. Durch. Jawohl, Alter. Guter Schuss. Jawohl. Er denkt schon so, what the fuck, Alter. Jawohl, danke. Digga, schon zweite Gameplay. Wollen wir noch eine Runde, Leute? Es sind gerade machte. Jawohl. Begeleid. Wupp, wupp, wupp. So, mal gucken. Neuer Mate, neues Glück. Vielleicht suchen wir uns auch eine neue Runde, wenn der Mate jetzt echt schlecht ist. Also wenn jetzt ein schlechterer Mate drin sein sollte. Digga, das hört sich schon so nach einem Botnam an, Digga. Und der Anschluss kam. Nein, Digga, wie konnte ich den verfehlen? Ja, und der ist doch. Und erstmal schön noch durch die Kamera fliegen, da. Digga. Ja, und weg. Und uns. Ja, sag ich doch, Digga, der Mate ist echt nicht zu gebrauchen schon gleich. Äh, unfair. Digga. So, wir uns eine neue Runde. Wird schon noch irgendeine geben. Zur Not spielen wir jetzt einfach nur eine Runde zu Ende. Auch wenn sie schon verloren ist oder so. Auf jeden Fall, das tun wir uns nicht an, Digga. Hier abkassieren nur, also kassieren nur wegen, wegen dem Schiffen, Alter. Weil es unfair balanciert sich schon wieder, ey. Ja, das meine ich halt wirklich jetzt. Real Talk, ne? Das meine ich genau die Situation in den anderen Gameplays, Digga. Du, gefühlt, führst zu 90% den Ball, ne? Der Mate, Digga, gefühlt nur zu 10% oder 5%, Alter. Das ist echt nicht normal, was da geht. Haben wir jetzt ein Tor gemacht? Ich bin blau, oder? Oder? Ich bin blau. Ja, ich bin blau. Ja. Läuft, Digga, er hat Solo einfach mal ein Tor schon kapiert. So, mach gegen die. Läuft. XD passt da echt gut, Digga. D, 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 d. Oh, den hab ich gut aufgerollt. So, den hab ich auch hoch vor. Oh, ich hab keinen Boost mehr. Ja, ich hätt, hätt, hätt ich 105% Boost gehabt, hätt ich jetzt schön, seit ich beigemacht bin. Wie ich, Mist. Ja, der geht schon nicht rein, mate. Keine Ahnung. Nein. Ach, Digga. Mist. Fehlt. Der eine, der campt nur ein Tor, ne? Ja. Der war ein bisschen zweithin, der Gegner, würd ich sagen, ne? Der war ein bisschen zweithin. Ja, ich lass ihn das machen. Wenn er unbedingt anstoßen will, dann soll er machen. Schade, den hätt ich echt gern so rückwärts weggeluft. Hätt ich schon weggemacht. Nein! Digga, das weiß ich nicht. Jawohl, genau an die andere Richtung eigentlich. Och, mate, Digga. Das hast du echt super geregelt, Alter. Da stehen. Ah, er hat es gekämpft, Digga. Ich hab nicht auf die Nacht kraftet. Ja, es macht gerade auch schon wieder kein Bock, ey. Digga, nur der Mage ist Tore, Alter. Und ich selber nicht mehr. Oh, Digga. Gameplay ist versaut. Oh, Junge. Ah, der war echt gut hoch, Alter. Den hab ich echt gut hochgeholt. Ich mach den immer wieder zurück zu uns, ne, Digga? Jawohl, Alter. Oh, mein Gott. Digga. Ja, komm. Ja, komm. Oh, der kommt gut, der kommt gut. Ja, komm, girl. Jawohl, Alter. Mann, ey. Ja, aber ich nerv's halt echt hardcore, Digga. Dass der jetzt immer jedes Tor abfacken muss, Alter. Digga, es ist so nötig, Alter. Ich hab noch nicht eine Aufgabe gesehen, wo du tausend Tore haben musst, oder so. Also jetzt von den täglichen Aufgaben hier. So, Sieg. Jawohl. Ja, Leute, da würde ich sagen, das war's schon wieder mit dem Gameplay. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War ein bisschen was anderes. Und ich muss sagen, war nicht schlecht. Ich glaub, es hat gerade die Aufnahme gelegt, oder? Auf jeden Fall, Leute. Ja, ich mach den mal kurz. Ja, das war auf jeden Fall die Aufnahme. Und ich wünsche euch wirklich viel Spaß mit Rocket League. Ich muss sagen, war nicht schlecht, ne? Waren drei Runden jetzt eigentlich. Vier Runden, so kann man sagen. Aber, ja, die einen sehen wir mal nicht mit. Ja, war nicht schlecht, ne? Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst mal ein Like da. Auch ein Abo vielleicht. Und, ja, dann sehen wir uns vielleicht, wenn es euch gefallen hat, im nächsten Video wieder. Mit noch bei Rocket League. Und, ja, wie gesagt, hau da rein. Viel Spaß. Ciao. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, oder einen schönen Abend noch. Und, ja, eine schöne restliche Woche. Bis dahin, hau da rein. Viel Spaß. Ciao.